Was ist die Weltmarktführerschaft in vielen Bereichen? Es zeichnet sich durch Extreme aus, durch Know-how und durch Dinge, die wir können. Da arbeiten Experten zusammen und Fachleute in der Firma und jeder, der im Bereich Arbeitsschutz dann Unterstützung braucht, der erwartet auch von mir entsprechend professionelle Hilfe. Und bei der persönlichen Schutzausrüstung ist es so, dass wir gerade bei dem, was wir tun, auch Schutzausrüstung benötigen, die nicht jeder braucht. Also die nicht für die breite Masse vielleicht gedacht ist, sondern die spezielle Anforderungen erfüllt. Und da brauchen wir dann auch einen Partner, der uns so etwas zur Verfügung stellen kann. Und dann ist es so, dass man die meisten Sachen auch nicht von der Stange kaufen kann oder man wählt sie zumindest nicht von der Stange aus. Das ist ein sehr schwieriges Feld, in das man sich da begibt, weil persönliche Schutzausrüstung in der Regel die Arbeit nicht einfacher macht und sie nimmt einem die Arbeit auch nicht ab. Deswegen sollte die persönliche Schutzausrüstung möglichst wenig Zusatzbelastung für den Mitarbeiter bringen. Bei der breit gefächerten Vielfalt an persönlicher Schutzausrüstung, die es gibt, muss man dann natürlich das finden, was für den Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz persönlich das Beste ist. In den 15 Jahren, 16 Jahre fast, in denen ich jetzt bei Simpelkamp bin, begleitet uns 3M und Atemschutz, weil das der Hauptpunkt in unserer Firma ist, eigentlich schon die ganze Zeit. Und während die Firma sich weiterentwickelt, vergrößert und innovative, neue Produkte entwickelt, hat sich auch im PSA-Bereich sehr viel getan. Und da ist auch der Hersteller immer direkt an unserer Seite und verbessert Trageeigenschaften und die Schutzwirkung vor allen Dingen. Die Firma 3M kommt auch immer wieder zu uns, um sich die Einsatzgebiete anzusehen. Und einige Einsatzgebiete, die gibt es eben nur bei uns. hugstettingen mit ho angstettingen